Malzeit und herzlich willkommen! Willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen im Drittliga-Format hier bei den Pottbolzern und erstmal ein großes Dankeschön an euch da draußen in den letzten Wochen. Richtig geiler Support hier mal wieder und da haben wir uns natürlich passenderweise gedacht, wie können wir das Ganze jetzt noch toppen, wie können wir das noch steigern und dazu habe ich jetzt mir einen Mann eingeladen, der bekanntlich überall auf der Welt beheimatet ist, in jedem Stadion rund um die dritte Liga, in der Europa League kommentiert der und, und, und. Also, wir müssen ihn gleich mal fragen, ob sein nächstes Ziel Mariah Carey sein dürfte, um sie mal zu interviewen. Das werden wir jetzt gleich tun. Ich begrüße Christian Straßburger. Guten Tag! Guten Tag an dich, guten Tag an alle und warum Mariah Carey? Das ist, ich hab vorhin wirklich, war kurz mal beim Arzt, also nur Routine, keine Angst, ähm, hab ich mir überlegt, was, was kann ich einfach mal so reinhauen, dann ist mir natürlich Ninja Warrior eingefallen, Top Dog Germany, was es auf RTL alles so zu sehen gibt, das, da seh ich dich übrigens irgendwann mal. Und da hab ich mir gedacht, ja komm, welche, welche, welche Fabel könnte man jetzt hier noch rauskloppen und da ist mir als erstes, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil Oliver Pocher damals mal so einen lustigen Auftritt bei Wetten, dass hatte, du erinnerst dich? Ich spreche ja auch öfter mal über Wetten, dass, oder deine, 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 wie sagt man, deine, deine Verbindung zu Wetten, dass, du würdest es ja übernehmen. Und da ist mir mal Mariah Carey in den Sinn gekommen. Klasse, oder? Herzlich gerne, die würde ich auch auf die Couch einladen, ähm, gerne, ist ja eine Top-Sängerin, kenne jetzt nicht ihren aktuellen Hit, äh, aber den werden wir dann schon rausfinden. Aber ja, Wetten, dass, da würde ich sagen, das mach ich gerne, aber eigentlich, mein eigentliches, mein eigentlicher Traum ist, ich würde gerne mal Schlag den Star kommentieren. Da ist ja jetzt wieder mehr oder weniger fast Platz gewesen, also Elton ist ja nicht mehr, ne, also zumindest bei RTL jetzt nur noch. Genau, aber Opti, also Matthias Obdenhövel übernimmt ja jetzt die Moderation, äh, ich glaube auf der Komposition bleiben sie bei Ron Ringgut und der macht das auch, aber wenn der irgendwann mal keinen Bock mehr hat, der Ron, äh, dann will ich da sein. Also das wäre für mich so ein Ding, keine Ahnung, da irgendwelche Spiele, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, Faden durchs Nadelöhr und das dann kommentieren. Oh, herrlich, 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 da sehe ich dich auf jeden Fall. Und dann in der Kombination mit Thomas Wagner, ne, Thomas Wagner, du und dann noch der Icke zum Beispiel, der wird dann Social Media übernehmen. Also das wäre doch so eine neue Kombo, könnte ich mir vorstellen, ja? Ja, ich hoffe, dass die MSV Duisburg-Fans dann alle zuschauen, denn das sind ja so viele, dann sind die Quoten auf jeden Fall schon mal super. Ich trinke, äh, wenn du nichts dagegen hast, aus meinem neuen Becher, den habe ich nämlich gestern aus dem Lorheide-Stadion mitgebracht, Strassi. Du bist... Autohaus Barnitzke. Ja gut, äh, dann machen wir es eher so. Machen wir es eher so. Ah, okay. Ich habe nämlich gestern in der Oberliga Westfalen kommentiert, du natürlich in der dritten Liga unterwegs am Wochenende. Ähm, war trotzdem ein schönes Erlebnis bei mir, wie war es bei dir? Also ich war am Freitagabend beim MSV, da reden wir gleich drüber, und dann habe ich am Wochenende für Sky zweite Liga gemacht. War am Samstag, äh, der Zweitliga-Konferenzier sozusagen, die habe die Zweitliga-Konferenz moderiert. Und gestern habe ich dann das Einzelspiel kommentiert, äh, von Eintracht Braunschweig. Äh, das Derby gegen Hannover 96. Das war ein, also eine hohe Intensität, es sind leider keine Tore gefallen, aber, ähm, lange Monate sah es ja so aus, als würde die Eintracht zurückkehren in die dritte Liga. Nach gestern bin ich mir sicher, die schaffen das, die schaffen den Klassenerhalt. Das, die haben sich richtig gemacht unter Scherning und Andreas Zimmermann, den man ja auch noch kennt im Westen, als Trainer von Rot-Weiß Oberhausen. Und Ahlen, glaube ich ja auch, ne? Pannfrage am Rande, kennst du einen, also persönlich, einen Eintracht Braunschweig-Fan überhaupt? Äh, kennen, ja, jetzt nicht, äh, groß, äh, also, dass es ein Freund ist oder sonst irgendwas, aber ich kenne den einen oder anderen Braunschweig-Fan. Ähm, und die waren auch durchaus mal, äh, schon klar, dass es runtergeht. Ich meine, jetzt brauchen wir nicht tausend Jahre unter Braunschweig, aber Peter Vollmann, guter Mann, toller Typ, hat sich da verzockt, also, dass er da den, ähm, wie heißt er noch? Fällt mir gerade der Name nicht ein, den, heißt der Jens, hier den Trainer am Anfang? Der war Trainer in Rostock und so. Hilf mir mal kurz mit dem Namen. Härtel, nee, Härtel, nee. Härtel, genau, Jens Härtel, super. Du kennst dich einfach aus im Fußball. Ja, Jens Härtel, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann Scherning zu holen, äh, ja, das war sozusagen die Rettung. Ich löse es auf. Ähm, mein Papa, den grüße ich jetzt an dieser Stelle, der ist nämlich Eintracht Braunschweig-Fan. Wahnsinn, oder? Ja. So schriechst du. Schöne Grüße. Ja, ja, da wird er sich drüber freuen. Ja. Viel, äh, Erfolg und Gratulation zum Klassenerhalt. Ja, ist damals über die Panini-Bildchen zu Eintracht Braunschweig gekommen, weil, äh, das erste Trikot damals traditionell in gelb-blau, blau-gelb, ich weiß gar nicht, wie rum, aber dazu gekommen ist. Ja, passt soweit. Und dann lass uns doch nochmal trotzdem aus aktuellem Anlass ein Satz zu Bayer Leverkusen verlieren, auch wenn es natürlich jetzt nichts mit der dritten Liga in dem Sinne zu tun hat, aber ich glaube, Xavi Alonso, der hat da, oder Xabi, sorry, äh, an dieser Stelle sein Meisterstück dort abgerissen in Leverkusen und sensationelle Bilder ja gestern, die dort eingefangen wurden. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen? Ja, also sehr freudig erregt. Da muss man wirklich sagen, absolut verdient, was für eine tolle Truppe, was für ein toller Fußball. Man will fast sagen, äh, man hat selten so einen verdienten Meister gesehen, wie, äh, Bayer Leverkusen gestern ja auch furios wird, kommt, äh, von der Bank zur Halbzeit und, äh, knallt Bremen aus dem Stadion. Dieser Typ ist einfach, also wenn, ich hoffe, der hat mit dem Kreuzbandriss damit alle seine Verletzungen hinter sich gebracht, äh, und der kann wirklich, ähm, Weltfußballer werden, dass der jetzt auch sagt schon, äh, dass er in Leverkusen bleibt, nächste Saison mit den Champions League spielt, das hat alles Hand und Fuß, ich glaube, der hat ein ganz tolles Elternhaus, er ist einer der Garanten, ich freue mich natürlich auch sehr für Granit Xhaka, den ehemaligen Gladbacher, der ja, äh, bei Arsenal, äh, dann lange gespielt hat, jetzt kommt er zurück und ist meiner Meinung nach das Mosaiksteinchen für Bayer Leverkusen für diesen Titel, denn so einen Spielertyp, den, äh, hatten sie selten, damals vielleicht in den 2000ern, 2002 vor allen Dingen, ja, aber der hat gefehlt, der ist so der Maestro, der ist der Aggressive Leader, der ist der Emotional Leader, der ist wirklich so ein toller Typ, dem gönne ich das so sehr und mit unseren ganzen Nationalspielern dort drin, aber auch so ganz tollen, äh, Leuten wie Frimpong, ja, Tabsoba da hinten, Radetzky, ein super Typ, der hat sich sicherlich erstmal ein Sixpack aufgemacht, also, Bonny Face nach Verletzung trifft dann auch wieder, man könnte so viele Geschichten erzählen und der Trainer, der steht über allem, äh, das wird ein Welttrainer, das wird, äh, eine grandiose Karriere auch an der Seitenlinie, auch toll, dass er nächste Saison in der Bundesliga erhalten bleibt, bevor er dann vermutlich zur Real geht oder so, also, höchsten Respekt, Gratulation, äh, ich hoffe, dass Leverkusen dann auch, ähm, zumindest die Europa League holt, denn im Pokalfinale Leverkusen oder Kaiserslautern, äh, da bin ich dann einfach neutral, da soll dann am Ende der Beste gewinnen. Mal die Leverkusen ja ja noch mehr, oder nochmal die Chance haben, was hochzuhalten, also, in der Europa League, da bist du ja auch am Start, äh, da haben sie ja noch eine dritte Möglichkeit quasi, um das Triple zu bringen, man möge gar nicht sich vorstellen, was dann passiert, also, Bayer Leverkusen und das Triple, das in Verbindung zu bringen, da muss man eigentlich auch erstmal drauf kommen, aber es könnte soweit sein, und kleiner Seitenhieb noch am Rande, ja, Granit Xhaka, liebe Münchner, da muss man nicht immer nur tief in die Tasche greifen für irgendwelche Portugiesen, die da im Raum stehen mit 60, 70 Millionen, das hätte man auch vielleicht anders regeln können, aber, ne, lassen wir es einfach. Ja, war ich auch überrascht, man muss sagen, die, äh, Frau, ähm, die ich ja auch kenne, weil sie bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet hat, dort haben die sich ja kennengelernt, die wollte schon gerne, äh, in den Westen zurück, ich, äh, sag aber mal so, es gab kein Angebot vom FC Bayern, hätte es das gegeben, kann ich mir vorstellen, dass die Frau sich auch von München hätte begeistern lassen können, aber, und das, äh, sagst du völlig zu Recht, zeigt, dass der FC Bayern, was das angeht, in den letzten Jahren viele, viele Schritte zurückgemacht hat, es hieß ja mal, wen die Bayern wollen, den kriegen sie auch, die Zeit ist schon lange vorbei. Wir wollen natürlich jetzt trotzdem mal auf die dritte Liga schauen, dafür bist du da, und zwar schauen wir insgesamt mal auf den 32. Spieltag, welche Ergebnisse wir vorzuweisen haben, wie das, oder welche Auswirkungen das auf die Tabelle hat, dann wollen wir, wie ihr es gewohnt seid, mal die restlichen Themenblöcke behandeln, und zwar dreht sich einmal hier alles um den Aufstiegskampf, dann auf der anderen Seite, wie sollte es anders sein, um den Abstiegskampf, äh, das wird natürlich für mich eine sehr, sehr emotionale Kiste, ich hab's gestern Abend schon gesagt, ähm, ich war mit Feuer und Flamme dabei am Freitagabend bei dir und hab gelauscht, da mein Sohn Geburtstag hatte, und ich mal ausnahmsweise nicht im Stadion sein konnte, aber, da werden wir gleich drüber sprechen, und dann haben wir natürlich wie immer noch hier eure Stimmen in der Verlosung und wollen aber zunächst einmal insgesamt auf diesen Spieltag schauen, und zwar, der 32. Spieltag begann am Freitagabend mit der Partie MSV Duisburg gegen Waldorf Mannheim 1-1 unentschieden, dann hatten wir ein absolutes Topspiel mit Ulm 2-0 gegen Preußen Münster, der SCFL gewinnt 3-1 gegen Aue, dann haben wir Dortmund 2 gegen den FC Ingolstadt 1-1, Spielverein im Moment Hachin gewinnt 4-1 gegen den VfB Lübeck, Viktoria Köln 4-2 gegen den Halleschen FC, Saarbrücken 4-1 erfolgreich gegen Sandhausen, Regensburg 1-1 gegen 1860, genau wie Bielefeld gegen Rot-Weiß Essen, und, äh, ja, auch der SC Freiburg gegen Dynamo Dresden trennt sich 1-1 unentschieden. Strassi, was war an diesem Spieltag für dich die größte Überraschung, wenn man das jetzt ergebnistechnisch einfach mal so sagen könnte? Äh, boah, das ist eine sehr gute Frage, also überrascht hat mich auf jeden Fall, dass die Viktoria, äh, am Ende das Spiel dreht gegen den HFC, der 2-0 führt, in Köln bei 1000 Grad, und dann lassen sie es noch zu, dass die Viktoria, äh, denen die Butter vom Brot nimmt, die haben, glaube ich, jetzt 30 Punkte verspielt nach Führung der HFC, so viel zum Thema schon mal, oder zum Ranschmecken an den Abstiegskampf, ansonsten weiß ich gar nicht, ob mich das Ulmer Ergebnis mittlerweile noch überrascht, diese Mannschaft steigt auf, das ist einfach ein, ein Weltklasse-Ritt, angeführt vom überragenden Kapitän Joe Reichert, der ja wirklich gar nicht fit ist, der sich aber in jedem Spiel, äh, in die Anfangsformation stellen, der es 66 Minuten spielt, vom Kicker übrigens eine 1,5 bekommt, äh, weil er so unbedingt, äh, seinen Verein in die zweite Liga hieven will, äh, die anderen funktionieren auch mit Higgel und Co., also diese Mannschaft begeistert mich total, und, äh, Saarbrücken muss man nennen, also die waren ja auch in Rückstand, äh, bei Sandhausen auch der Mannschaft der Stunde mehr oder weniger, äh, gegen Sandhausen, äh, und gewinnen dann 4-1, mit dem FCS ist absolut zu rechnen, das ist, glaube ich, gerade so der, der heißeste Scheiß da oben, äh, die können, ähm, Platz 3, wenn nicht sogar noch mehr, äh, erreichen, die haben ja noch das Nachholspiel in der, in der Hinterhand, also, äh, ich bin eigentlich jede Woche von diversen Ergebnissen überrascht, vor allen Dingen aber auch begeistert. Jetzt sagt man natürlich immer, in Bezug auf eine zweite Liga, die stärkste Liga aller Zeiten, also diesen Slogan gab es ja damals beim deutschen Sportfernsehen immer von Saison zu Saison, und in der dritten Liga, wenn man euch auch bei eurem Podcast, können wir ja mal an dieser Stelle hier erwähnen, 4-3, der Drittliga-Podcast von Magenta Sport, ja. Bitte reinhören, überall, wo es Podcasts gibt, jeden Dienstag. Da sind die Leute heiß drauf, ich bin einer davon, und, äh, große Empfehlung auf jeden Fall an die Leute hier bei uns im Stream oder in der Sendung, ähm, trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, man sagt immer auch über die dritte Liga, da kann jeder jeden schlagen, ist es denn wirklich so eine einfache Plattitüde zu sagen, ja, die ist so ausgeglichen, die Liga, da kann der Letzte gegen den Ersten, oder hat es dann doch irgendwas mehr in der Richtung mit Qualität zu tun, dass sich am Ende, naja, jetzt, jetzt würde ich mir widersprechen, wenn ich sage, hat mit Qualität zu tun, weil Ulm hätte am Anfang jetzt auch, kaum einer erwartet auf Platz 1, Regensburg und Dresden wahrscheinlich eher schon, danach so eine Mannschaft wie Münster eher weder weniger, wie würdest du generell das in Bezug auf die Qualität der dritten Liga einstufen? Also die ist zumindest so, dass wenn man guter Arbeit leistet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man dafür auch, äh, erfolgreich belohnt wird, ja, also wenn du dir denkst, äh, in, in Münster, das hat ja schon Geschichte, in den letzten drei Jahren in der Regionalliga wurde dort was aufgebaut, das konnte man hier in der dritten Liga fortführen, Kontinuität ist ja das große, äh, Wort, äh, vor allen Dingen auf der Trainerposition mit Peter Niemeyer, einem sensationellen sportlichen Leiter, der zu Recht ja jetzt auch in der Bundesliga gehandelt wird bei Werder Bremen, dazu dann so Leute wie Badmatz oder Grudowski, die dann rausstechen, das braucht natürlich auch ein bisschen Glück, bei Ulm ist es genau das Gleiche, die haben auch Ewigkeiten versucht, aus dieser richtig starken Regionalliga, die die dort haben, rauszukommen und haben sich gar nicht groß verstärkt, haben einen Top-Trainer, haben einen super Gefüge, haben ein gutes Händchen, haben eine super homogene Truppe und dann wird das auch belohnt, auf der anderen Seite siehst du dann Dynamo Dresden, die so viele Möglichkeiten haben, wie kein anderer Drittligist, ein Top-Kader dahingestellt vom mittlerweile geschassten, äh, Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, die Entscheidung, äh, die verstehe ich bis heute nicht, ähm, wenn du Druck hast, wenn du musst, wenn du irgendwie, ne, dann kannst du auch mal knirschen, dann kannst du auch mal knarzen und auf der anderen Seite siehst du dann ein Beispiel wie den MSV Duisburg, der ja auch natürlich nicht auf Rosen gebettet, dennoch mit mehr Möglichkeiten als viele andere, wenn dort seit Jahren Missmanagement herrscht, dann kriegst du halt irgendwann auf den Sack und die Quittung und die gibt's jetzt. Du würdest also sagen, das EKG schlägt nicht mehr? Leider. Äh, hört, hört, hört in die neue Folge rein, dann wisst ihr Bescheid. Wie oft haben wir, ähm, über den MSV Duisburg gesprochen in unserem MS, äh, in unserem MSV-Podcast, äh, in unserem 4-zu-3-Podcast, weil, äh, allein schon mit Thomas Wagner und mir sind dann dann natürlich zwei, erstens sind wir emotional und zweitens hängt dann natürlich auch ein bisschen dann was am MSV, so wie wir auch, äh, an Rot-Weiß-Essen hängen oder an den anderen Westvereinen, äh, die mit großer Tradition ausgestattet sind, aber beim MSV Duisburg, ich meine, was, wo sollen wir anfangen? Das hat sich abgezeichnet, das wurde in den letzten Jahren ja immer schlimmer, man hat sich dann irgendwie dann immer noch retten können, den Kopf aus der Schlinge und man hat aber immer wieder die gleichen Fehler gemacht, äh, jetzt kann man darüber nachdenken, viele haben gesagt, komm, Stoppelkamp, das hat jetzt, das ist jetzt gut, äh, lass uns, äh, neu anfangen, die Sache ist aber, wenn du das machst, dann musst du diesen Neuanfang halt auch gut vorbereiten, sie haben es gemacht, haben ihn nicht gut vorbereitet, haben dieses vor allen Dingen Vakuum, was die Tore angeht, überhaupt nicht stopfen können, da reden wir gar nicht von Führungspersönlichkeit, äh, natürlich hat er auch mal in der Kabine dazwischen gehauen, aber da gibt's ja auch andere Möglichkeiten, dazu kommt Verletzungspech mit Sebastian May und Co., da kann man natürlich nichts für, aber die Kaderzusammenstellung, das zu lange Festhalten am Trainer und dieses jahrelange wirklich Missmanagement in den verschiedensten Gremien beim MSV Duisburg führen jetzt dazu, dass dieser große Traditionsverein den Gang antritt in Liga 4 und da muss man dann erstmal rauskommen, das ist wirklich, äh, nicht einfach, das hat die Geschichte gezeigt. Jetzt sind wir schon wieder voll mittendrin beim MSV, finde ich sehr, sehr geil und, ähm, wir haben es in den letzten zwei Sendungen hier auch bei uns erwähnt, äh, Strassi, damit du ein bisschen up to date bist, und zwar hatten wir erstmal vielen Dank auch an alle Leute, die da reingeschaut und gehört haben, wir hatten unter anderem gegen Rot-Weiß-Essen eine ganz besondere Folge im Derby vor über einer Woche, da waren um die 10.000 Zuhörer insgesamt über die Woche gesehen, halt auf dieser Sendung, da erstmal vielen Dank dafür und auch gestern Abend in der Review gegen Mannheim war es wieder so und wenn wir es jetzt nur rein auf Sportliche beziehen, du hast natürlich vollkommen recht, dass das Ding so ein Riesenausmaß genommen hat beim MSV, da gibt's wahrscheinlich unzählige Gründe, aber was zum Beispiel mir auch in dieser Saison mal wieder auch so ein bisschen verdeutlicht hat im Sportlichen, da gehe ich ja komplett mit bei der Personalie Stoppelkamp, all das, was uns dann als Fans zum Beispiel verkauft wird, ist immer sehr, sehr viel auch Theorie, ne, also wenn ich zum Beispiel so nehme, Stoppelkamp und die Kabine, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal jemals Fußball gespielt hat, ich hatte auch immer schwierige Charaktere in meiner Mannschaft, es gibt immer Führungsspieler, es gibt immer, immer Alphatiere, etc., pp., aber bei den spielentscheidenden Leuten war ich mir immer wohler oder war mir immer wohler, wenn die auf dem Feld neben mir standen, weil ich wusste, der macht dann noch irgendwie was Verrücktes, dem kannst du mal die Pille rübergeben, der holt dann noch die Kohlen aus dem Feuer und, 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 und du gewinnst am Ende des Tages. Das ist dann für eine Mannschaft immer förderlicher in der Grundstimmung, als wenn du nicht mehr ohne dem, also, oder beziehungsweise als wenn du ohne dem bist, da hast du vielleicht unter der Woche mal vielleicht ein Thema weniger zu besprechen, aber du verlierst dann jede Woche. Da kann mir keiner erzählen, dass die Stimmung dann nachher besser ist, wenn du absteigst, wie jetzt gerade beim MSV, nur weil Stoppelkamp nicht da ist, ne? Und die andere Geschichte ist, ähm, hat Boris Schommers unter der Woche gesagt, äh, weil er von einem Kollegen gefragt wurde in der Pressekonferenz in Bezug auf das Mannheim-Spiel, naja, ähm, gegen Essen haben wir zum Beispiel, hat mir die Robustheit gefehlt, mir haben, äh, äh, auch mal so das Zeichen der Stärke gefehlt, auch die gelben Karten, ihr habt eine gelbe Karte aus diesem Spiel mitgenommen, da hat er da so, so wie so ein Theoretiker darauf geantwortet, so nach dem Motto, naja, ich messe jetzt meine Leistungen der Mannschaft nicht anhand von gelben Karten und wenn, wenn wir die Gegner aus dem Stadion kloppen. Nein, da habe ich gestern drauf gesagt, auch da wieder das Praxisbeispiel, du musst ja auch als Mannschaft und als Spieler mal ein Zeichen setzen, ja, also auch gegenüber den Fans. Wie oft haben wir schon in der Bundesliga mal immer früher von, weiß ich nicht, von Oliver Kahn zum Beispiel mal eine Geste gesehen in Richtung der Fans, du musst ja mal das Stadion hinter dich bringen, du musst eine Energie erzeugen, ja, du musst, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, du zeigst damit auch zum Ausdruck, dass deine Mitspieler sich in diesem Spiel auf dich verlassen können, du streitst was aus, du gibst den Leuten um dich herum Sicherheit und das Dritte ist, du zeigst auch deinem Gegenspieler ganz einfach mal, hör mal Leute, heute nicht mit mir, ich bin hier der Chef im Ring und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist eher so das, was ich aus der Praxis mit herausnehme, egal ob ich jetzt früher Bundesliga gespielt habe oder ob ich in dem Fall nur Kreisliga gespielt habe. Ja, am Ende ist Fußball Fußball, da ist viel Wahres dran, das Ding ist natürlich, Stoppelkamp war jetzt auch nicht einer, der da ständig irgendwie irgendwas, irgendwelche Zeichen gesetzt hat, also nicht in jedem Spiel, er hat aber vor allen Dingen erstmal durch Leistung überzeugt, das ist das Erste. Bedeutet, du hast also die Überlegung, Stoppelkamp nicht zu verlängern, dann brauchst du wie gesagt erstens jemanden, der ihn leistungstechnisch ersetzt, was die Scorer-Punkte angeht. Ich kann mir vorstellen, das haben sie versucht oder skizziert mit Plädel, ist ja auch völlig in Ordnung, denn das hat er theoretisch drauf. Auf der anderen Seite hast du dann dieses Machtvakuum, diesen Leader, wo ja auch die Fans sozusagen mitziehen. Vielleicht hast du das mit Sebastian May versucht, vielleicht hast du das aber auch versucht, auf die jungen Leute zu schultern, dass die Leute sagen, das sind unsere Zebras sozusagen. Das ist nun mal einfach insgesamt in die Hose gegangen. Das ist ja vielleicht eine coole Idee gewesen, es ist aber in die Hose gegangen. Ich kenne auch, ich habe ja mit Spielern seit Jahren spreche ich und natürlich ist dann auch mal so, dass Stoppelkamp mal außer sich war, wenn etwas nicht funktioniert hat. Aber du siehst ja genau dieses Regulieren, das braucht diese Kabinie anscheinend. Dieses Jahr gibt es das nicht und sie werden absteigen. Da wurde auch mal ein Spieler zur Sau gemacht im Training. Am nächsten Tag übrigens, da redet dann keiner mehr drüber, hat Stoppelkamp diesem Spieler etwas in der Bank auf seinen Platz gestellt und sich entschuldigt. Da redet dann keiner mehr, weil aus der Emotion habe ich auch schon Dinge gemacht, die mir danach leid getan haben, die vielleicht in dem Moment sein mussten, die vielleicht sogar was erzeugt haben. Am Ende aber die Entschuldigung, die kam dann nicht mehr. Er war also, das können wir jetzt sagen, er war wichtiger, dass er da ist, als dass er irgendwie Gift versprüht hat und jeder gehofft hat, wann ist er denn endlich mal weg. Insgesamt ist es einfach eine Kaderstruktur in dieser Saison, so wie in vielen anderen Saisons zuvor. Wo du drauf schaust auf die erste Elf, dir denkst, alles klar, habe ich schon mal gehört, finde ich gar nicht schlecht. Hier erfahrene, da junge Leute. Insgesamt der Kader, das sieht man ja mittlerweile auch, weil Boris Schommers ja wirklich sich schwer tut, zu wechseln. Ich kann es auch verstehen, weil wenn du wie gegen Mannheim da Ginczek reinbringst, bringst Fälscher rein und die ersten fünf Pässe sind alles Fehler, dann denke ich mir auch, komm, dann lasse ich es. Da ist im Prinzip beim gesamten MSV Duisburg von oben bis unten ist irgendwas drin, was richtig krank macht. Da reicht es nicht, nur ein Fenster aufzumachen. Da müssen diverse Türe geöffnet werden. Ich habe jetzt gelesen, Ingo Wald stellt die Vertrauensfrage. Ingo Wald ist ein ganz feiner Kerl, der den MSV Duisburg liebt, der wirklich viel getan hat in den letzten Jahren. Es ist aber klar, die Zeit ist jetzt vorbei. Da gibt es keine Vertrauensfrage, sondern Ingo Wald muss zurücktreten. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Jetzt muss der Weg freigemacht werden für frische, neue Kräfte beim MSV Duisburg auf allen Ebenen. Wer das jetzt nicht versteht, wer jetzt denkt, muss ein weiter so gehen. Und der hat doch aber auch ein Herz für den MSV. Der hat doch dies und so. Nein, der hat den Untergang des MSV zu verantworten. Da muss es jetzt was Neues geben. Mit Pretz hat man einen, der vorweg gehen wird. Das ist schon mal ein gutes Faustpfand für den MSV Duisburg. Jetzt, wer jetzt nicht kapiert, dass man diese Chance Vierte Liga, hört sich crazy an, aber diese Chance Vierte Liga nicht, dass man die nicht nutzen muss, der ist für mich Gagga. So, Einordnung für die Zuhörer und Zuschauer. Wir sind jetzt einfach mal thementechnisch gesprungen, weil ich finde das natürlich sehr, sehr interessant. Dementsprechend sind wir jetzt mal vom 32. Spieltag auf den Abstiegskampf direkt gesprungen, wenn wir schon beim MSV Duisburg sind. Und ich meine, diesen Kampf, den können wir wahrscheinlich jetzt nach diesem Spieltag auch verstreichen. Trotzdem aber für die Einordnung der Zuschauerstraße. Mannheim am Freitag kommentiert. Da vor die Woche in Essen an der Hafenstraße haben wir uns ja auch noch ganz kurz gesehen. Ich wollte dich aber nicht ablenken, weil du warst ja voll mittendrin statt, nur dabei. Und davor glaube ich auch in Bielefeld. Das heißt, müssen wir dich jetzt auch ein bisschen therapieren, weil du hast ja mehr oder weniger die drei spielentscheidenden, also eigentlich können wir alle 32 Spiele hier als spielentscheidend beim MSV bezeichnen. Darauf kommen wir glaube ich relativ schnell. Aber man sagte ja kurz vor Ostern jetzt nochmal nach auch wirklich gelungenen Heimauftritten, das ist jetzt nochmal eine Chance. Und wenn wir jetzt das Ruder wirklich rumreißen wollen, dann haben wir nicht nur drei Spiele, sondern auch drei richtig fette und auf Deutsch gesagt jetzt mal unter uns, drei geile Spiele. Muss man ja wirklich fairerweise dazu sagen. Ich erinnere mich an Bielefeld, da war ich ja auch im Gästebereich, also 4000 Duisburger fast knapp, ausverkaufte Alm, Ostersonntag, super Wetter. Es war ja alles angereichert. Und dann kriegst du als MSV-Fan so eine zweite Halbzeit, wo du ja eigentlich hättest sagen können, komm, pfeift das Ding noch 45 Minuten ab, dann können wir eher nach Hause fahren. Und dann in Essen fast das gleiche Spiel, wo du jetzt sogar noch 1-0 in Führung gehst und dann unerklärlich in der zweiten Halbzeit komplett einbrichst. Also da hätte man sich doch wirklich irgendwie was erwartet von der Mannschaft. Und auch gestern oder vorgestern die Reaktion gegen Mannheim danach, gestern Abend gesagt, danach habe ich zum ersten Mal alle Spieler so richtig verzweifelt gesehen und mal wirklich komplett erschöpft auf dem Rasen liegend. Nur Zenga, der musste dann nachher natürlich wieder auslaufen, genau wie in Essen nach diesem Spiel. Für mich auch unerklärlich, dass man da nicht einfach mal 5 Uhr gerade sein lassen kann, unter die Häme der Zuschauer dann da noch auslaufen zu müssen. Egal. Das zeigt mir aber irgendwie, dass auch die Situation irgendwie nicht komplett bis zum Ende durchdacht wurde oder erkannt wurde, die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Denn sonst könnte ich mir so eine zweite Halbzeit wie gegen Bielefeld nicht erklären. Ich könnte mir auch so eine zweite Halbzeit gegen Essen nicht erklären. Und am Freitag hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, man muss auch große Props nochmal an die Zuschauer rausgeben. Es war, glaube ich, eine sensationell geile Kulisse mal wieder. Freitagabend, MSV Arena unter den Bedingungen. Aber das kommt natürlich insgesamt alles viel zu spät und ist irgendwie nicht allen bewusst gewesen. Das weiß ich nicht. Es ist am Ende halt auch eine große Qualitätsfrage, sowohl was die Beine angeht, aber auch den Kopf. Man sieht einfach, dass da viel versucht wurde, dass gewisse Automatismen am 33. Spieltag eben halt noch nicht mal greifen. Natürlich gab es dieses Zwischenhoch mit vier Siegen und da hat man ja auch nochmal Hoffnung geschöpft, auch völlig zu Recht. Aber dann kamen halt die wirklich entscheidenden Spiele, in denen hat man versagt teilweise. Was ich nicht verstehe, ist auch teilweise aufstellungstechnisch, als dann gegen Essen Castaneda als alleiniger Sechser spielt und es offensichtlich ist, dass er damit überfordert ist und trotzdem wird nichts geändert. Gegen eine Zentrale von Essen, sorry, mit Scharpina unter anderem, also auch körperliche Präsenz, Spielstärke durch Müssel und Hagenbrock. Also da dagegen zu halten im Zentrum wäre ja enorm wichtig gewesen. Also du musst dir vorstellen, wenn wir gerade über den deutschen Meister gesprochen haben, die Achse mit Chaka und Andrich. Du glaubst doch nicht, dass auf einmal Xabi Alonso auf die Idee kommt, zu sagen, DFB-Pokal-Halbfinale, Fortuna Düsseldorf, jetzt geht es um Berlin, einen von denen lasse ich jetzt mal draußen. Warum? Denn wieso sollte ich denn selber mein Herz irgendwo erstmal in die Tonne stellen und dann nur ohne Gefühle, ohne Emotionen, ohne Sinn und Verstand spielen? Und genau das kann man ja im Prinzip vergleichen. Michel Brink und Castaneda, ob die jung sind oder nicht, das war das Herzstück aus dieser erfolgreichen Phase. Ohne Not wurde das auseinandergerissen und das ist die Quittung. Und dann hat er natürlich die Aufstellung wieder verändert. Gegen Mannheim, was sehen wir? Wir sehen einen okayen Michel Brink, einen total verunsicherten Castaneda. Das ist hausgemacht. Es gibt jetzt nicht von mir den klaren Pfeil in Richtung Boris Schommers. Der hatte aber auch, glaube ich, seine 24 Spiele und holt dafür, glaube ich, sechs Siege raus. Das reicht natürlich nicht. Und es gibt so kleine Dinge, wo ich einfach denke, das kann nicht sein. Das verstehe ich nicht. Wenn man an die Schlussphase denkt gegen Waldhof, wo ja nochmal der ein oder andere Eckball kam und er schickt Braune einfach immer wieder zurück ins Tor und sagt später dann bei uns im Interview, das hätte doch auch nichts gebracht oder da sieht er keinen Sinn drin. Dann sage ich, Freunde, dann gute Nacht, MSV Duisburg. Denn es geht ja nicht darum, dass Braune da vorne reinkommt und das Tor macht. Aber noch einer mehr bringt natürlich nochmal einen dazu, sich auf ihn zu konzentrieren. Und man kann da so ein bisschen die Orientierung auseinanderreißen. Ich habe das Gefühl, dass da in gewissen Situationen, wo es drauf ankommt, beim MSV Duisburg schon lange nicht mehr die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Zur Einordnung. Boris Thomas, 23 Spiele in der dritten Liga beim MSV Duisburg. Sechs Siege, du hast es gesagt. Fünf unentschieden und jetzt zwölf Niederlangen. Das macht 23 Punkte mit einem Punkt pro Spiel. Das ist natürlich nicht das, was du hinten drin benötigst. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und Fun-Frage am Rande. Wo ist er geboren? Thomas. Irgendwo in Leverkusen. Leverkusen, da sind wir nämlich wieder. So nah liegt alles beieinander, Strassi. Du merkst es. Ja, lass uns trotzdem mal allgemein auf die Abstiegsränge beziehungsweise auf diese Situation dort schauen. Würdest du unterschreiben, dass die, die derzeit unterm Strich stehen, auch runtergehen und dass Mannheim durch den Antwerpen-Effekt, könnte man ja so schön sagen, als auch die Bielefelder sich dort retten? Ja. Leider ist das so. Also der HFC hätte jetzt die Chance gehabt mit dem Erfolg. In Köln haben 2-0 geführt. Geben das aus der Hand. Ich glaube, da ist der Kopf auch gar nicht mehr. Also wie man dann zum Beispiel auf die Idee kommt, als Fixpunkt wie Saza, dieser junge Mann, sich unter der Woche in Dresden ablichten zu lassen als Neuzugang für Dynamo Dresden. HFC ist auch übrigens ein großer Traditionsklub. Das geht manchmal unter, weil er eben halt nicht im Westen ist, sondern im Osten der Republik. Es ist ein großer Traditionsverein. Es trifft mit dem HFC und dem MSV Duisburg. Lübeck übrigens auch ein großer Traditionsverein. Drei fette Kaliber. So wie es jetzt ist, wird es bleiben. Der Waldhof hat sich gerettet, weil sie eben das gemacht haben, was der MSV hat liegen lassen. Sie haben einen Trainer geholt, der weiß, wie man in dieser Situation reagiert und regiert. Ich habe keine Ahnung, ob es Gespräche gab zwischen Antwerpen und dem MSV Duisburg. Ich weiß auf jeden Fall, dass Antwerpen sich alles angehört hat und angehört hätte und sicherlich nicht Nein gesagt hätte zum MSV Duisburg. Das ist Wahnsinn. Und Arminia Bielefeld hat die Ruhe bewahrt, hat einen richtig anscheinend starken und ausgeglichenen sportlichen Leiter mit Mutzel, der an Kniert festgehalten hat. Du kriegst dafür jetzt nicht den Lob oder irgendeine Urkunde zum Klassenerhalt. Du hast es jetzt aber geschafft und hast in der neuen Saison die Möglichkeit, dann ohne Klos, der natürlich fehlen wird, aber auch Wege freimachen wird, dich neu zu orientieren und dann, glaube ich, können sie oben wieder ranschmecken an die Aufstiegstöpfe. Also untenrum sind wir, glaube ich, durch. Definitiv. Und mit Blick auf die Tabelle fällt ja auch immer auf, dass wirklich viele, viele Traditionsvereine, ob es jetzt 1860 München, Arminia Bielefeld in dieser Saison, der MSV steigt sogar ab, immer wieder nicht richtig schaffen, nach oben zu kommen, weiter anzugreifen. Und jetzt befinden wir uns in dem Fall auch auf dem, oder beim Aufstiegskampf im oberen Drittel. Das bedeutet, diese Vereine sind eher unten anzusiedeln. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Überraschung. Ich nehme jetzt einfach mal letzte Saison Elversberg, die komplett durchmarschiert sind von der vierten in die dritte, von der dritten in die zweite, in die zweite Liga. Und jetzt hast du ein ähnliches Spielchen vor Augen, denn Ulm, da hast du gerade schon gesagt, die werden aufsteigen. Die stehen auf Platz eins. Preußen Münster hat noch die Möglichkeit, auf Platz vier zumindest auf den Relegationsrang zu rücken, weil Dresden im Moment natürlich nicht so diese stabilste Form an den Tag legt. Und mit größeren Außenseiterchancen würde ich jetzt mal unsere Essener Freunde hier noch mit reinnehmen. Das ist es wahrscheinlich so gewesen. Also vom Platz sieben bis drei ist da noch was möglich. Ulm und Regensburg, safe für dich? Ulm ist für mich safe. Es gibt ja am Sonntag das große Spiel, 19.30 bei Magenta. Da bin ich das erste Mal in Ulm. Erster gegen Zweiter, Ulm gegen Regensburg. Der Gewinner steigt auf jeden Fall auf. Sollte Regensburg gewinnen, glaube ich aber, dass Ulm trotzdem auch mit hoch geht. Der Gewinner wird Meister. So ist es. Ulm steigt auf. Also das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Das ist, also da würde ich wirklich, ja, da würde ich verzweifeln, wenn die jetzt auf einmal anfangen, fünfmal zu verlieren oder sowas. Das glaube ich aber auch einfach nicht. Regensburg hatte seine Schwächephase, hat sich daraus, Baldovert hat ja auch gegen 60 dann noch einen Punkt geholt. Das ist auch alles in Ordnung. Sind zurückgekommen. Punkt für die Moral, wie man so schön sagt, aber auch wichtig für die Tabelle, weil die da drunter eben halt nicht alle gepunktet haben. Preußen-Münster, das muss man mal schauen. Da, ja, hatten sie jetzt aber auch zwei große Brocken sozusagen, spielen jetzt gegen Freiburg zwei zu Hause. Und wenn sie da gewinnen, sind sie natürlich immer noch Thema. Rot-Weiß-Essen würde ich übrigens gar nicht abschreiben. Die haben das Nachholspiel gegen Saarbrücken. Der Gewinner wird auf jeden Fall ein Thema sein für Platz drei. Ich gehe ja mit Saarbrücken. Ich habe irgendwie so das Gefühl, aus diesen DFB-Pokal-Märchen entsteht jetzt gerade noch der Umschwung auf den Liga-Alltag. Also die haben den Switch relativ gut hinbekommen. Man könnte ja denken, man verfällt in so ein Loch, ne, nach so einem Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale. Denkste, denn jetzt folgten zwei Siege, die hatten ja auch immer mal wieder mit diesem, ja, Damoklesschwert zu kämpfen. Das, was ihr auch immer in euren Sendungen anspricht. Naja, die haben zwar noch zwei, drei Spiele weniger, aber rechnet man dann die sechs bis neun Punkte drauf, dann sind sie ja oben dabei. Die haben das aber in der Tat umgesetzt. Und jetzt sind sie wieder mittendrin statt, nur dabei. Von daher, das habe ich zum zweiten Mal gesagt, deswegen musst du lachen. Einmal, einmal noch und dann kriegst du eine Strafe. Ich komme ja gerade aus der Aufzeichnung vom 4-zu-3-Podcast, den gibt es ja dann am Dienstag zu hören. Also morgen, wenn ihr das jetzt heute, ganz verrückt, oder gestern, falls ihr erst am Mittwoch. Gab es Kuchen? Ja, es gab Kuchen. Ja, hier, guck hier. Der ist ja auch noch wunderbar. Herrlich. Und Luca Kerber war zu Gast vom FCS, der jetzt in die Bundesliga wechseln wird, zu Heidenheim. Hat grandios performt gegen Sandhausen, zwei Tore gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass dort, er sagt es auch, sie haben sich nach dem Pokal aus Zeit genommen, haben sich dann zurückgezogen und haben zusammen eben gesprochen und gesagt, hör mal zu, Freunde, wir haben hier noch was Großes, hier ist noch was möglich. Und die, das sagt auch Thomas Wagner, die sind der heißeste Scheiß. Also Saarbrücken, mit denen ist zu rechnen. Aber, wie gesagt, es wird dieses Nachholspiel geben gegen Rot-Weiß-Essen. Das wird nicht einfach. Aber gerade würde ich meine Leona auf Saarbrücken setzen. Dieses Momentum, das ist es wahrscheinlich auch gerade, was denen jetzt gerade so mit in die Karten spielt. Trotzdem vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze zu solchen Underdogs, sage ich jetzt mal, die sich immer wieder in den letzten Jahren dort oben festsetzen. Denn mit Ulm und Münster hast du halt zwei Aufsteiger. Jetzt könnte man dieses Phänomen so ein bisschen darum beschreiben, indem man sagt, naja, klar, die gehen jetzt mit einer Euphorie in so eine Saison. Die haben, zumindest in Münster an der Hammerstraße ist es immer ausverkauft, weil derzeit A, Baustelle und B, das Stadion nicht viel mehr Fans derzeit hergibt. Auf der anderen Seite, Ulm ja jetzt auch nicht unbedingt mit den besten Infrastrukturen ausgestattet. Mussten ja auch ausweichen, unter anderem mal nach Aalen für eine gewisse Zeit. Also ich würde das jetzt gar nicht immer nur so abtun mit, hier ist ein bisschen Euphorie. Denn auf der anderen Seite haben die ein Konzept, die spielen so in der Struktur der Mannschaft im Kern, glaube ich, so zusammen. Und auf der anderen Seite ja so ein bisschen völlig losgelöst, könnte man sagen. Aber alles in allem, wie würdest du es beschreiben? Ja, also die haben im Prinzip das gemacht, was, schlagen wir eine Brücke zum MSV Duisburg, die haben einen Plan. Und das schon seit Jahren. Und der wird verfolgt. Es wird geschaut, wo will Ulm hin? Wo will Münster hin? Was wollen wir überhaupt spielen für den Fußball? Mit welchem Trainer wollen wir das umsetzen? Und welche Spieler braucht es dafür? Und dann ist es einfach mal so, jetzt muss man mal gut zuhören. Dann spielen da sogar Spieler auch mal ein, zwei, drei Jahre. Und nicht, weil sie woanders keinen Vertrag mehr kriegen, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie richtig gut sind und sich auch freuen, in diesem Team sozusagen etwas zu erreichen. In Ulm ist infrastrukturell natürlich, was das Donaustadion angeht, alles eher semi-gut, wenn man mal auf die zweite Liga dann schaut. Aber die haben da so ihr Ding. Das ist so ihr Zuhause. Das ist so, da ist ja auch dann eine geile Stimmung, wenn es ausverkauft ist und sowas. Ist noch eine Laufbahn drum und so. Aber das werde ich mir am Sonntag erst mal ganz schön genüsslich reinziehen zum ersten Mal vor Ort. Die haben einen Trainer mit Wörle, den man, glaube ich, auch noch in anderen Sphären sehen wird. Der absolut, seinen Fußball passt da total hin. Der hat die Mannschaft hinter sich. Der lässt aber auch mal Leine. Der hat mit Joe Reichert einen verlängerten Arm, der da im Prinzip der Held ist. Der ist der König von Ulm. Und das auch völlig zu Recht. Jede Woche bietet der einfach grandiose Leistungen. Der lebt diesen Verein. Der lebt diese Liga. Ich habe ihn dann bei den Niederdays kennengelernt. Der hat die Antworten geschrien, weil der so voller Euphorie war. Und das ist bis heute so. Ortak im Tor funktioniert. Sie haben Gahl geholt aus Mönchengladbach. Das musste der mal reinziehen. Auch wieder. Entschuldigung, dass ich jetzt immer die Brücke schlage. Aber wenn ich dich sehe, denke ich halt an die Zebras. Ich bin das gewohnt. Hau ruhig drauf. Ja, nein. Aber es gibt Tom Gahl. Den kenne ich ja auch aus Borussia Mönchengladbach. Schwirten. Wie sie alle heißen. Mäuser war das, glaube ich. Die dann nach Aue gehen und so. Ich frage mich, die Scouting-Abteilung des MSV Duisburg, gibt es die überhaupt? Oder was ist da los? Also, wie viele Leute und Jungs, coole Jungs aus dem Westen, woanders Erfolg haben. Ja, danke. Danke. Jetzt schlagen wir wieder abermals die Brücke. Denn wir haben ja hier bei uns auf dem Kanal auch den Drittliga-Podcast. Immer wieder sonntagsabends mit Sven und mit mir. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir irgendwie natürlich nicht nur die einzelnen Spiele reviewen, sondern auch auf Spieler hinweisen. Klar, ich verlange jetzt von keinem, dass er hier diesen Podcast hören muss und dass er auch unsere Vorschläge entgegen nimmt. Aber manchmal liegt das halt einfach so offen auf der Straße. Du sagst es ja gerade. Da schwirren so viele unglaubliche Talente vor der Tür herum, wo man sich denkt, naja, sind wir uns da ein bisschen zu schade? Haben wir nicht das Netzwerk? Woran liegt es denn letztendlich? Weil wenn wir Leute aus der Regionalliga immer mal wiederholen, dann ist es eher aus der Regionalliga Nord, sprich Robin Müller, Philipp König etc. pp. Und auf der anderen Seite laufen die Leute hier in Bocholt, in Wuppertal, in Mönchengladbach 2, in Schalke 2. Die laufen quasi vor der Tür rum und da kriegst du irgendwie nichts auf die Kette. Ja, aber das fängt ja schon beim sportlichen Leiter an. Also wenn du Heidrich, der NLZ-Leiter war beim 1. FC Köln, der sozusagen vor deiner Tür ist, der im Prinzip bereit ist, eine Profi-Aufgabe zu übernehmen, ja, der wechselt dann zum Erzgebirge Aue. Und natürlich hat er ein grandioses Netzwerk. Ein, zwei Scouts kenne ich sogar. Die lachen sich teilweise den Arsch ab. Das muss man wirklich sagen. Es ist ja nicht einfach nur aus der Emotion heraus, was ich sage, sondern es ist natürlich fundiert. Und ich habe mir da Informationen eingeholt. Und wie der MSV Duisburg teilweise auch auf dem Transfermarkt agiert, wie das Scouting-System funktioniert und sowas, da braucht man sich nicht wundern, warum man in die vierte Klasse absteigt, ja. Also da gehört es auch mal dazu zu arbeiten und zwar nicht 9 to 5 und dazwischen zwei Stunden Mittagspause, sondern da musst du dir auch mal den Arsch aufreißen. Und der Heidrich hat sich über Jahre da ein Netzwerk zusammengebaut. Der wäre doch sensationell mit Kussern zum MSV Duisburg gegangen und hätte gedacht, diesen Traditionsverein hole ich zurück in die zweite Liga. Also der hat bestimmt nicht zu Hause gesessen und gedacht, so Erzgebirge Aue kann ich mir schon vorstellen, dass ich die mal zurückhole. Nee, in Aue waren sie einfach schlau genug zu wissen, wen hole ich. Und dann macht er das halt, Mäuer heißt er übrigens, ich habe Mäuser, glaube ich, gesagt, und schwirrten und so weiter und so fort. Also es funktioniert in Ulm und Münster einfach so, dass man da einen Plan hat, dass man die Leute sich dafür holt, dass man die Hand auch drauf hat, dass man als Verein sozusagen vorgibt, was man will und nicht sich immer die Leute dazu holt und die sagen dann, was der MSV oder der Verein XY zu wollen hat. Und wenn die dann weg sind, dann fängt man wieder von vorne an. Jetzt merkt man, man bringt diverse Dinge zueinander, am Ende führt alles immer zu den Zebras. Hast du super gesagt. Ja, und ja, 9 to 5, ich weiß gar nicht, wen du damit meinst, Zwinker, Zwinker. Und auf der anderen Seite, ja, klingt bescheuert, aber da könnte der MSV sich wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, unter anderem bei Preuß Münster, denn die sind ja nach dem Abstieg auch mit Trainer Hildmann auch zwei Jahre in der Regionalliga gelaufen, quasi. Im dritten Jahr sind sie ja erst aufgestiegen. So nämlich. Und ja, jetzt sehen wir ja, wo das Ganze hinführt. Von daher, ja, einfach mal draufschauen. Kontinuität ist immer der Schlüssel auch. Ist nicht immer der Schlüssel zum Erfolg, aber ist zumindest der Schlüssel, um etwas aufzubauen, um eine Struktur herzustellen. Und ja, das ist Wahnsinn. Das ist definitiv der Wahnsinn. Und jetzt habe ich noch mal was vorbereitet. Und zwar, wir wollen insgesamt auf die Stimme noch mal schauen, denn wir haben ja auch gefragt, ihr könnt gerne noch mal hier den Strassi was fragen oder ihr könnt generell mal ein Feedback mit reingeben, wie seht ihr das Ganze. Und da werde ich mal gucken, was das Ganze hier kurzfristig, relativ kurzfristig, heute so hergegeben hat. Ah, sind zumindest ein paar reingekommen. Ich nehme mal die doppelten Themen, nehme ich jetzt hier mal gleich raus. Aber der Domenico Dresch hat schon mal einen super Namen. Was hältst du von Christian Neidhardt beim MSV als Regionalliga-Trainer? Oh, da muss man auch viel Fantasie für haben, um darauf zu kommen. Ja gut, der ist ja aktuell ja auch noch unter Vertrag bei Kickers Offenbach. Ich glaube, die wollten auch aufsteigen. Die haben jetzt, glaube ich, nicht 5 zu 2 verloren am Wochenende. Die sind, glaube ich, 10. oder so was. Christian Neidhardt hat meiner Meinung nach bei Rot-Weiß Essen zum Beispiel einen sehr guten Job gemacht. Hat beim Waldhof, habe ich gerade was falsch gemacht? Christian Neidhardt war doch in Essen. Ja, ja. So überrascht. Nee, nee, weil die haben gestern 3-5 gegen Homburg verloren. Okay, genau. Da war ich so überrascht, wie man 5 Dinger zu Hause kriegt. Okay. Aber kenne ich ja, kenne ich ja. Haben auch Kickers Offenbach, große Tradition, tolle Stadion, tolle Fans, tolle Möglichkeiten, kommen aber einfach nicht hoch aus dieser Regionalliga. Also Neidhardt hat einen super Job gemacht in Essen, hat auch wirklich das Maximum, das sieht man ja aktuell beim Waldhof, rausgeholt. Hat halt dieses große Problem, dass die dann auswärts immer verkackt haben, sonst wären die übrigens aufgestiegen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass Christian Neidhardt in der Regionalliga West für den MSV ein Thema wäre. Die Frage ist, ob das überhaupt gewollt ist, ob der nicht in Offenbach weitermacht. Da hat er vielleicht bessere Strukturen oder wie auch immer. Aber insgesamt, wie ist denn da bei euch so die Idee oder die Hoffnung? Wen wollt ihr denn in der Regionalliga eigentlich an der Seitenlinie? Gibt es da Vorlieben? Ja, gestern sind natürlich mal so ein, zwei Namen reingeworfen worden, die schon utopisch mittlerweile jetzt auch sind. Also klar, Kollege Stamm vom SC Freiburg, der wird eher zur RTB-SZ in die zweite Liga gehen. Da ist der Zug wahrscheinlich mindestens ein Jahr zu spät abgefahren. Vielleicht hättest du ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal bekommen können. Wer weiß ja schon. Ja, ich habe derzeit noch keine großartigen Favoriten, sage ich jetzt mal, auf den Trainerpusten. Aber es muss natürlich jemand sein, der schon passt. Also klar, das ist jetzt eine allgemeine Phrase, die ich jetzt rauskloppe. Aber ich brauche jetzt in der Situation auf der einen Seite keinen, der schon 500.000 andere Klubs irgendwie mal nebenbei trainiert hat. Ich würde mir auch was Frisches und was Zukunftsfähiges wünschen. Und wenn wir mal auf den Kader schauen, da haben wir letzte Woche gegen Essen schon mal drüber gesprochen. Gestern haben wir es nochmal kurz angerissen. Ich bin auch ganz ehrlich, mach jetzt komplett den Cut und mach den Schnitt. Du hast, glaube ich, trotzdem drei, vier Leute, die kannst du sehr, sehr gut einbauen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man jetzt sagt, mit Braune hast du einen sehr guten Mann. Der ist 20 Jahre alt. Der versprüht richtig Bock auf diese Nummer, auch nächstes Jahr. Der ist ein talentierter Torwart, ist am Ball richtig, richtig gut. Hat natürlich noch ein paar Möglichkeiten, was die körperliche Geschichte hergibt und auch das Rauslaufen von hohen Bällen als Beispiel. Da musst du gucken, ob du das Herzstück, so hast du es gerade benannt, ob du zumindest einen der beiden irgendwie halten kannst. Ich kann mir vorstellen, beide werden, ja, du nickst schon oder schüttelst schon in den Kopf, werden beide wahrscheinlich höherklassige Angebote bekommen. Zumindest in der dritten Liga werden sie unterkommen, das auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob da irgendwie trotzdem noch fünf Prozent Hoffnung ist für einen der beiden. Ja, und dann, qualitätstechnisch würde ich sagen, dann geh noch von mir aus mit Bitter und mit Engin. Wenn du da eine Möglichkeit hättest, als Ausrufezeichen, als Duisburger vielleicht, aber Bitter, dann sehe ich da schon. Als guten Regionalligaspieler, sehr guten Regionalligaspieler, glaube ich schon, dann war es das aber auch. Die anderen haben halt auch unterm Strich viel zu wenig angeboten. Ja, ja, also entweder gehen sie, weil sie andere Möglichkeiten haben oder sie sollten gehen, weil einfach ein Umbruch passieren muss beim MSV Duisburg. Die Namen, die du genannt hast, da bin ich dabei. Vielleicht hat man bei Michel Brink eine Möglichkeit, dass noch irgendwie, also Kastaneda, den wird man nicht halten. Bei Braune bin ich absolut bei dir. Und vor allen Dingen muss der MSV Duisburg eine Mannschaft zusammenstellen, die auch Regionalliga spielen kann. Das ist jetzt nicht mal so Halligalli. Also da musst du dann Freitagabend auf irgendeinem Dorfplatz und der MSV wird der FC Bayern der Regionalliga West sein. Da wollen sie alle. Ich war mal vor ein paar Jahren mit Rot-Weiß Essen in Wegbergbeg, Freitagabend, habe mir das angeschaut. Da haben sie 1-1 gespielt und da hast du gesehen, mein lieber Scholli, also da wird einiges auf die zukommen. Auch ein Trainer sollte die Regionalliga West kennen. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel, wie wahrscheinlich es wäre, ihn zu bekommen. Eugen Polanski, der Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, da waren ja auch immer schon andere dran. Man hat jetzt zwar verlängert bei der Borussia, kann mir aber vorstellen, Profiverein, und das wird der MSV Duisburg ja auch zumindest im ersten Jahr vierte Liga, weiterhin sein und bleiben. Vielleicht würde ihn das reizen. Also wenn du jetzt auf einmal mit irgendjemandem kommst, der in der zweiten österreichischen Liga die letzten 15 Jahre gearbeitet hat, also wieder vielleicht auf Namen gehst, wie es so oft ist beim MSV Duisburg, weiß ich nicht, ob das erfolgsversprechend ist. Das ist aber auch nur Spekulatius. Also Michael Preetz, da bin ich mal gespannt, wie dick sein Telefonbuch ist, wenn er in die Regionalliga West reinschaut. Vielleicht braucht er hier und da Hilfe. Ja, gebe ich dir auf der einen Seite recht, aber wenn wir gerade von Netzwerk und von Kontakten über den sportlichen Leiter als auch vielleicht über den Kaderplaner gesprochen haben, dann kann ich mir zumindest vorstellen, selbst wenn Michael Preetz vielleicht jetzt nicht den Regionalliga in seinem Handbuch hat, er wird aber die richtigen Leute, denke ich mal, kennen, die dann wiederum den richtigen Trainer kennen. Also ich habe da sehr, sehr große Hoffnung, zumindest auf Michael Preetz bezogen. Denn wenn wir vieles dem MSV zumindest ankreiden in den letzten Jahren, dann kann man das bei der Personalie Michael Preetz, glaube ich, nicht tun. Denn ich habe ihn hier schon ein, zweimal persönlich getroffen, habe auch mir die Interviews immer reingezogen, die es so im Netz gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon eine andere Kategorie. Also wie er sich verkauft, wie er das Thema auf den Punkt bringt, wie er die Menschen versucht, aber trotzdem mitzunehmen. Alleine von der Ansprache her, von der Ausstrahlung her, das ist schon dann doch noch was anderes. Das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Deswegen liegen da die Hoffnungen. Und ich gebe dir jetzt einfach nochmal zwei Namen mit auf den Weg. Mal schauen, ob es doch vielleicht einer der beiden wird. Punkt eins. Uns erreichen immer sehr, sehr viele Zuschriften, die dann irgendwie Stefan Mayerhofer fordern. Das war ganz lustig, weil du gerade österreichische Zweite Liga gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade aktuell Trainer ist, aber der hat wohl auch die Lizenz gemacht, die Trainerlizenz. Und wäre ja einer zumindest mit Stallgeruch und noch kein irgendwie Trainer, wo man sagen könnte, der hat jetzt schon 30 Stationen hinter sich. Könnte irgendwie sowas in die Richtung sein, aber das ist eher so die Fanmeinung. Und dann habe ich zumindest mal das erste lose Gerücht gehört, und zwar Pascal Bieler. Der ist aktuell Trainer bei TSV Steinbach-Heiger. Steinbach. Und ist doch auch im Gespräch bei Rot-Weiß-Oberhausen als Nachfolger von jetzt dann Terra Nova. Terra, der ewige Terra. Der ewige Terra. Ja, Pascal Bieler habe ich auch schon mal gehört, soll, was das Trainerding angeht, war ja auch Spieler ein großes Talent sein. Ja, muss man jetzt mal gucken, wie weit ist das? Ich glaube, RWO will ja schon, wollen die nicht heute? RWO will doch heute, hat Hajo Sommers doch gesagt, den Trainer, zumindest dem Aufsichtsrat, vorstellen. Wenn das Bieler ist, dann ist der da natürlich raus. Aber ja, in diese Kategorien kann man denken. Und übrigens, was ich noch sagen möchte, Michael Preetz, das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Der hat sportliche Kompetenz, da ist auch nicht alles rosig gelaufen, vor allen Dingen gegen Ende bei Hertha BSC. Aber der hat definitiv eine Chance verdient, was die MSV-Fans jetzt aber nicht tun sollten. Und das Gefühl bekommt man, dass man ihm die Schlinge zuzieht. Also Michael Preetz sollte auch noch atmen dürfen. Man hat jetzt das Gefühl, alles stürzt sich auf Preetz. Er ist der Heilsbringer. Er ist der, der alles regeln wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Michael Preetz ein Typ ist, dem das nicht so geheuer ist. Also ich glaube auch, dass diese Vorschusslorbeeren, dieser Druck, aber auch gleichzeitig diese Liebe, die ihm da entgegenspringt, ihn da auch dazu geführt hat, zu sagen, okay, dann mache ich ja auch vierte Liga. Aber sein Ansinnen ist das ja eigentlich nicht. Und es ist gut, wenn man ihn unterstützt, aber man sollte ihn jetzt nicht zum Heiler machen. Also er wird jetzt nicht die Hand auflegen und die Zebras in den drei Jahren in der Bundesliga. Ich würde es euch gönnen und wünschen und sowas. Aber er braucht schon noch Support und er braucht auch schon Zeit und er darf dann auch mal Fehler machen. Ich meine, wenn die anderen seit 200 Jahren Fehler machen, dann darf er das hoffentlich auch. Ein anderes Beispiel und da kannst du dich schon mal darauf freuen, denn da kommt in der Saison Heiner Backhaus, Alemannia Aachen, sensationeller Trainer. Also so geht es. Da haben sie es uns vorgemacht in Aachen. Wir haben ja mittlerweile ja auch eine eigene Kategorie bei uns auf dem Kanal. Kommt immer sonntags abends, wenn wir über die Regionalliga West noch sprechen mit Alemannia Aachen. Und der Heiner war auch schon mal zu Gast. Also da kannst du dich auf einen kernigen Typen freuen, das sage ich dir. Also spreche da nicht allzu viel über andere Themen. Immer nur über die Alemannia, weil der lebt, die Alemannia. Da kann ich dir schon mal verraten. Also eine Sache sage ich dir. Ich freue mich so dermaßen auf Alemannia Aachen. Ich war damals beim letzten Spiel auf dem alten Tivoli. Unbedingt wollte ich da hin, habe da irgendwie Karten bekommen. Keine Ahnung, ist ja auch schon tausend Jahre her gefühlt. Und habe sie dann natürlich verfolgt, als sie damals diesen Pokalritt hatten, als sie dann im UEFA Cup gespielt haben und sowas. Und da sieht man aber mal, die waren jetzt dann glaube ich elf Jahre weg vom Fenster. Also du kannst nicht einfach sagen, so und nächstes Jahr steigen wir wieder auf. Das ist teilweise eine Drecksliga, die Regionalliga West. Gott sei Dank steigt da wenigstens der Meister auf nicht mal. Das ist ja garantiert in den anderen Ligen, witzigerweise oder katastrophalerweise. Also Aachen, wenn ich da die Zuschauer sehe, wenn ich das bei Social Media sehe, wenn da die 30.000, wenn der Tivoli zurück in der dritten Liga, ich bin mir sicher mit auch einer richtig angriffslustigen Mannschaft, mit dem von dir angesprochenen Trainer, der da sicherlich auch die ein oder andere Lockerheit und Geilheit reinbringt dann in die neue Saison. Also herzlich willkommen zurück, Alemannia Aachen. Lange drauf gewartet, jetzt passiert es endlich. Und jetzt habe ich noch eine ganz tolle Geschichte nebenbei am Rande, denn du hast es ja gerade quasi aufgemacht, das Thema Kickers Offenbach. Ich habe hier die ganze Zeit immer noch diesen Spielbericht offen. Die haben ja gestern oder am Wochenende 3-5 verloren, das haben wir ja gerade gesagt. Das wäre, glaube ich, zum einen ein Spiel gewesen, da hätte ich mir dich als Kommentator sehr, sehr gut vorstellen können. Denn, Besonderheit, die Kickers, die führen bei der 3-5 Niederlagestrassi, und jetzt halte ich fest, nach 14 Minuten 3-0 im eigenen Stadion und verlieren dann hinten raus 3-5 gegen den FC Homburg. Und jetzt geht es noch weiter, pass auf, da gibt es einen Mann, der hat hier laut Kicker drei Tore geschossen. Und deswegen bin ich jetzt gerade parallel auf sein Profil gegangen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Stürmer, der nennt sich Phil Harris. Merkt ihr diesen Namen? Phil Harris, der ist geboren in Datteln, ist 22 Jahre alt, ist Stürmer, erinnert mich so ein bisschen an Nick Woltemade, 1,93 groß, 87 Kilo, und pass auf, 29 Spiele, 19 Tore. Wenn das nicht einer wäre, dann weiß ich auch nicht mehr. Gute Nacht, Marie, würdest du jetzt sagen. Ja, das ist auf jeden Fall einer, aber sicherlich jetzt nicht mehr für den MSV, weil der wird dann vermutlich in die 3. oder in die 2. Liga wechseln. Leider. Aber da sieht man mal die Geschichten. Aber wenn ich höre, 3-0 zu Hause, am Ende 3-5, vielleicht ist Neidhardt ja dann doch der Richtige für den MSV. Ja, perfekt, da haben wir das auch. Das war eigentlich nur die Frage vom Domenico. Gehen wir mal ein bisschen schneller hier durch. Und zwar, Christoph Fischel fragt, emotionalster Drittliga-Moment und geilster Moment im Fußball. Und jetzt kommt es dem, in Anführungsstrichen, geilen Stück. Ich weiß nicht, hast du es mal gesagt? Fußball, das geile Stück? Fußball, du geiles Stück, habe ich gesagt, damals im Fohlenradio. Ah, perfekt. Beim Europa-League-Spiel gegen Ars Rom war das, glaube ich, als Thüram kurz vor Schluss trifft. Es gibt so viele emotionale Momente. Aber natürlich, weil er halt gerade noch so in einem ist. Das ist einfach letzte Saison, als der VfL Osnabrück in 90 plus 6 das Tor macht. 90 plus 4, ja, Sima Kalla. 90 plus 6, dann Wulf. Alle Dämme sind da gebrochen. VfL Osnabrück steigt auf, direkt hoch mit Schweinsteiger als Trainer. Ich da mittendrin. Ich habe gedacht, wirklich, mir wird schwarz vor Augen. Das war ein toller Moment, den miterleben zu dürfen. Dann auch noch mit Daniel Flottmann, unserem Expertenkapitän des SV Rödinghausen. Das war schon richtig emotional. Es gibt aber noch so viele, aber die meisten vergesse ich, muss ich wirklich sagen. Ich habe letztens eine Doku gesehen über Preußen Münster, den Aufstieg. Und da habe ich dann gesehen, dass ich beim Abstieg da war. Dass ich dann das Interview noch mit Scherder geführt habe. Das habe ich total vergessen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch noch viele andere tolle emotionale Momente gab, an die ich mich aber vielleicht einfach gerade nicht erinnere. Dann haben wir noch der Kollege Lesser. Der lässt schöne Grüße da an dich zum einen, denn der ist ja bei Sport Total. Und die sind ja auch öfter mal immer mal wieder mit den Topspielen in Kombination mit Magenta Sport zu sehen. Auf der App oder generell im Smart TV. Genau. Und dann haben wir noch den Patrick. Er ist einer der besten, treuesten Zuhörer hier bei uns auf dem Kanal. Der ist nämlich großer Aachen-Fan. Der fragt natürlich aus aktuellem Anlass, auf welchen Verein du dich am meisten freust in der kommenden Saison. Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen rausgehört. Und der fragt im zweiten Teil Ideen für ein Eröffnungsspiel in der kommenden Saison in der dritten Liga. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auf dem Tivoli stattfinden kann. Also Allemannia Aachen kann sein, kann aber auch 60 München sein. Oder Dynamo Dresden, die ja in der nächsten Saison auch dritte Liga spielen werden. Also es ist, ich kann mir aber vorstellen, dass man sagt, dieser Verein mit der Euphorie, mit den Fans, mit dem Stadion ja auch, die Herren des Verbands wollen natürlich dann auch gerne einen schönen VIP-Raum, eine feinkredenzte Tulpe und so weiter und so fort. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich dann für Allemannia Aachen entscheidet, als Aufsteiger, als großen Klub gegen Verein XY. Vielleicht sogar auch Bielefeld. Aachen gegen Bielefeld, das wäre doch auch ein Ding. Hört sich für mich wie zweite Liga an. Definitiv, mindestens. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch ein tolles Schlusswort. Und wir haben schon mal so den Ausblick gewagt auf ein mögliches Eröffnungsspiel in der kommenden Saison. So weit sind wir ja noch nicht, denn wir haben jetzt den 33. Spieltag gespielt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade vorhin den 32. eingeblendet habe und auch den 32. angekündigt habe. Es war auf jeden Fall der 33. Spieltag, über den wir heute gesprochen haben. Als auch über den Abstiegskampf, schrägstrich den MSV Duisburg und dann den Aufstiegskampf. Also wir haben ja eigentlich alle Themenblöcke mal untergebracht in einer knappen Stunde. Und dann würde ich sagen, Strassi, dir vielen, vielen, vielen Dank. Wie geht es weiter in der kommenden Woche? Ich mache am Freitag das, was mache ich am Freitag? Am Freitag mache ich zweite Liga für Sky. Am Samstag mache ich die Drittliga-Konferenz mit Steven Ruprecht aus München. Und am Sonntag bin ich dann zum allerersten Mal in Ulm, dann beim absoluten Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, Jan Regensburg. Natürlich live und exklusiv bei Magenta Sport. Wo sonst? Natürlich, wo sonst eurem Anbieter des Vertrauens. Und dann wäre natürlich noch die letzte, wirklich aller, allerletzte Frage zu beantworten. Wie wird die Europameisterschaft ablaufen? Beziehungsweise wie weit wird es für die deutsche Mannschaft gehen? Gibt es ja auch übrigens bei euch auf dem Kanal, ne? Genau, bei Magenta TV, nur bei Magenta TV, alle 51 Spiele live. Fünf davon exklusiv. Ich darf auch bei der Europameisterschaft dabei sein. Da freue ich mich extrem drauf. Es wird, glaube ich, total euphorisch. Es wird bei Topwetter ein Fußballfest. Davon gehe ich aus. Und natürlich der letzte Eindruck der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist ein positiver. Also die Gruppenphase werden sie auf jeden Fall überstehen. Aber ich sage mal so, bei dem Modus wäre es auch Wahnsinn, das nicht zu schaffen. Und dann ist alles möglich. Also ich glaube, Deutschland wird auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Und dann entscheidet es der liebe Fußballgott, ob wir nach den verdattelten drei Turnieren auf einmal an Europas Spitze zurückkehren. Das kann natürlich sein. Nagelsmann wird zum absoluten Helden und kehrt dann zurück zum FC Bayern München. Das ist doch Fußball-Romantik, oder? Ja, und da kann ich natürlich jetzt nichts mehr draufsetzen. Deswegen würde ich sagen, belassen wir das Ganze. Doch, wir singen zum Ende die MSV-Hymne. Ja, die kann... Wir sind C, Fraß, Weiß, Blau. Unser Klub der MSV. Ich werde es vermissen. Und wir stehen... Ja, ist schön eigentlich generell, ne? Ja, ja. Was für eine schöne Hymne. Toller Verein. Grüße an alle MSV-Fans. Ihr kommt zurück. Stärker denn je. Und das dann ohne Ralf Heeskamp. Egal. Das musste nochmal an dieser Stelle sein. Mich zieht es jetzt gleich ins Monkey Town, nach Duisburg. Und das sage ich hier heute mal offen und ehrlich in der Sendung. Denn es ist ja einfach nur heute mal kein Livestream. Denn wir werden die Sendung gleich hochladen. Und wenn ihr sie hört, bin ich schon wieder raus aus dem Monkey Town. Von daher, alles in Ordnung. Spaß beiseite. Auf der anderen Seite sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder zu den ganzen Podcast-Formaten hier auf unserem Kanal. Ich bin am Wochenende noch in großer BVB-Tour unterwegs, Strassi. Zum einen großes Kenneleit-Dinner, hätte ich schon fast gesagt, mit allen Sponsoren am Donnerstagabend in der Arena, beziehungsweise im alten Westfalenstadion. Dann am Sonntag noch eingeladen, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Geiles Spiel, freue ich mich enorm drauf. Und dann hören und sehen wir uns, wie gesagt, zu allen Formaten am Sonntagabend und am Montagabend und auch wann immer ihr wollt. Habe großes, wie soll ich sagen, ich wollte erst sagen Ehre, habe die Ehre. Aber das wollte ich dir nicht wegnehmen, deswegen kann ich jetzt gerade so ein bisschen schleudern. Deswegen hat mir wie immer eine Freude gebracht, mit dir heute über die dritte Liga zu sprechen. Und von daher, liebe Leute, gerne liken, abonnieren und auch in die Kommentare mal reinschreiben. Wie seht ihr das Ganze? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Wie seht ihr es rund um den MSV Duisburg? Schreibt auch gerne mal was zum Strassi in diese Kommentare. Natürlich nur Liebe dalassen und von daher würde ich sagen, Strassi, dir vielen Dank. Toi, toi, toi für die kommenden Aufgaben. Steht ja einiges vor der Tür. Und wie bei allen Gästen, das Wichtigste im Leben. Viel, viel Gesundheit. Pass auf dich auf. Und dann freuen wir uns, in der kommenden Saison noch mal trotzdem drüber zu sprechen. Denn wir sprechen ja auch über die allgemeine dritte Liga. Und schauen dann vielleicht mal mit links und nach rechts zum MSV Duisburg. Das war doch mal eine kurze Abmoderation. Wunderbar. Kurz und knackig. Wie immer, ne? Vielen Dank dafür. Und dir gehören noch mal trotzdem die letzten ein bis zwei Sätze. Dankeschön für die Einladung. Bleibt gesund und habe die Ehre. Dankeschön für's Zuschauen.